Herzlich willkommen und alles Gute wünsche ich dir! Gesundheit ganz wichtig, ne? Stell mal in die Tasche, ne? ...mal Platz! Alles gut? Ja! Gut! Zu groß! Herzlich willkommen zum Geburtstag! Sehr schön! Sehr schön! Sehr cool! Hallo! Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! 3.45 Uhr! Ja! Halbzeit liegt fast! Aber das war Ur-Opa! Ur-Opa weiß gar nicht, was cool ist, ne? Ja! Das ist ein Geburtstag! Ja! Jetzt bist du auch älter, ne? Ja! Wie alt bist du gewollt? 25! 25! Ja! Nein! Schon wieder 25! Schon wieder 25! Wir bleiben! Wie geht's dir denn? Gut? So! 2! Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday, liebe Fahrrad! Happy Birthday to you! Zum Geburtstag, viel Glück! Zum Geburtstag, viel Glück! Zum Geburtstag, viel Glück! Zum Geburtstag, liebe Fahrrad! Zum Geburtstag, viel Glück! Das war die beiden. Das war die beiden. Wir haben so 35 Gersten gekocht. Genau. Wir haben so ein bisschen größer Buch gekocht. Wir hätten mal mit dem Blech gemacht. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Jetzt muss man holen. Ach, jetzt haben wir das geschafft. Und? Ah, noch eine. Das ist erst die 5. Und jetzt die 3. Ah, alle ausgeprassen. Das ist ja eine Zeit, alles zu machen. Ja, kommt gut, ja. Das ist ganz schön. Das ist mal für den Timo. Ja, gut. Das ist ganz gut. Und? Fröhlich sei das Kaffee trinken. Guten Appetit. Das ist ja ein. Genau. Genau. Das ist ja so, wie es da ist. Das ist ja so. Ja. Ist das noch ein Radio? Ja. Gut so viele Leute, ne? Ja. Ja. Wir haben Schule mit viele Leute kommen und fahren. Ja. Ja. Wir haben früher bei uns immer. Ja. Ja. Das schmeckt bestimmt, ne? Ja. Das schmeckt bestimmt, ne? Das schmeckt bestimmt, ne? Nein, das haben wir so viele Spiele gemacht, ne? Ja. Ich glaube erst mal die Rumpel. Da ist sie, ne? Ja. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Morgan. Und Pizza. Ja, tatsächlich. Und die Zappen. Und jetzt ein weiter. Ja. Jetzt muss der Papa einen Haken. Hast du noch einen Haken? Den möchte ich auch. Und den du vielleicht mal hier benutzen hast. Ich darf das gedacht nicht. Ja. Jetzt kann ich noch ein bisschen weiter rüber rutschen. Wir sind zehn Leute. Ja, ja. Hast du noch was genau? Hast du gekült? Es zu, was zu heim. Mein Liebbel sei. Ich will sein, dass wir nicht mehr machen. Du möchtest mal? Ja. Du möchtest mal? Ja. Schöner inzwischen. Ja. Aber ich merke ruhig. Ja. Ja. Beim zweiten Mal habe ich einen Wies rein gemacht. Also eine Woche später, als ich ihn in der Wohnung habe. Ich habe da einen gewissen. Ich habe gedacht, wir machen. Ja. Es hat alles mit so Rant wie verrückt. So scharf. Gefällt dir das Ding? Du magst doch bloß das Ding, ne? Ja. Aber das ist so weiß. Ja, das ist ganz glatt. Ja. Ja. Ich habe zu lange in der Sonne gelegt. Das ist ja sehr gut. Ja. Das ist ja sehr gut. Ja. Ich habe mich eingekrepen. Ja. 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 Ja, aber ich war auch nicht. Ja, ich habe ja auch ein bisschen. Für mich ist das glaube ich auch nicht. Doch. Ich dachte mir das auch, saa. Ja? Ja. Ja. Binde! Hä? Aber du kannst ja oben gehen. Dann geh schnell. Wenn ich jetzt die Tonne habe. Ja. Das ist das Lied. Ja. Papa, wir haben die Wettbewerb, deine Opa, deine Opa, deine Opa. Herr Bauer, mein Name. Ja, ja. So eben so wie auch die ... Hier ist meine Leistung auch. Wir sind die Leistung, aber gut. Was war das? Er muss hier die Fuß weiss. Ja, gut müssen verkaufen. Das war's für heute. Untertitelung. BR 2018